Hallo und herzlich Willkommen zu einem neuen Projekt von mir, wir spielen Dead Rising 2. Ich bin der Steve und ja, mit mir werdet ihr jetzt die nächsten Folgen hier verbringen. So hoffe ich zumindest und ja, ich habe ewig gebraucht um an Dead Rising überhaupt mal anzukommen, aber ich bin relativ spät auf meine eigentlichen Quellen gekommen, aber egal. So, wir drücken einfach mal Start, Option, Visuals, das ist alles was man bei Visuals einstellen kann. Okay, und der hat den Controller. Den Controller, den will ich jetzt an. So, das muss ich jetzt mal ein bisschen runterstellen. Ja, so sollte gehen. Ähm, Resolution, Anfaustion, blablabla, blua. WTF? Achso. Ähm, blua Effects, den muss ich mal anmachen. Ähm, sprengt es mir gleich die Aufnahme weg? Okay Ähm, Controls Ich will, ich will, ich will Ich will eigentlich nicht Lass mich erwarten Mann Also so, okay Also muss ich wahrscheinlich mit Controls spielen Ja, ihr seht, ich bin nämlich wieder mal Super richtig krass vorbereitet Ähm So Ohne Momento So, jetzt kann es auch losgehen Ich habe nochmal den Controller rausgefummelt Ähm Ja, ich bin so ein bisschen doof Ich hätte gerne ohne Controller gespielt Oh egal Machen wir mal Start Game Äh, ja, New Game Load in Load in Jan Ja, ich bin w minus 1-2-1-1er-1er-1er-2er-1er-2er-1H-1er-2s-81-1er-2s-4j33-1-4000-4x42-2-1m-4 target-e1.1-4252-1-1-1-2-6.2j3-3щ4-2-.? Der ist ja richtige Bananen, ne? Der ist ja richtige Bananen, ne? Der ist ja richtige Bananen, ne? 2 Okay, ich überlege, ob der Ton vielleicht nicht doch etwas leise ist. Ich werde es nach dem ersten Part aber auf jeden Fall mal überprüfen. Also keine Sorge. Ich achte darauf. Oh ja, sieht der Klammer mal geil aus. Okay, was sagst du? Es geht gleich richtig los. Was? 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Okay, nice Boah, Alter Leck mich am Arsch Mein Name ist Shark Alter Vater Oh, da will ich durch Boah, boah Schickimicki Bäm, 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 bäm Bäm, bäm Meins Da will ich auch noch durch First Place Alter, Vater Bäm, bäm, bäm 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 Die Mappi-Saxe? Geil. Boah, jetzt sagst du ein geiler Dreier. Aha, ok. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay, ich hab sogar oben so'n Pfeil, wo ich langlaufen muss. Aber geil. So, live, pp, saving. Aha, also auf Toiletten kann ich nicht speichern oder wie? Na komm, mach mal. Schau mal. Saving. Please wait. So. Amber. Ja. Sieht geil aus. Mach's mal kurz mit, ich komm auf Toilette. Aha. Ja, okay. Wunderbar. Jawohl, hier lässt sich's auch gut rummeln. Äh, ja. Wir haben ein Ziel. Okay. So ist Rennen. Hm. 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 Wunderbar. 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 Na wunderbar Oh, yeah Okay, damit würde ich sagen, haben wir den Prolog schon mal sehr gut durch Ich würde sagen, das war's ja auch erstmal für den ersten Part, bleibt auf jeden Fall dran Ich hoffe, ihr seid im nächsten Part auch wieder mit dabei Wins heißt, Dead Rising 2 Let's Culling Zombies mit mir, dem Steve Au revoir